Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und den wöchentlichen Verstecken und Suchen zielt. So, dieses Mal verstecke ich im Laufe eines Matches in einem Heuhaufen, einem Blätterhaufen und einem riesigen Schneeball. So, am besten hierbei bei Anvil Square landen, weil da haben wir Heuhaufen, Blätterhaufen und Schneewelle. Können wir dann hier oben machen, sollte kein Problem sein. Alternativ schnappen wir uns ein Moped oder so und fahren halt mal ein paar Meter. Ist also echt nicht schwierig, man muss ja bloß die Augen offen halten und dran denken, das Teil brauche ich noch, das Teil brauche ich noch und das Teil brauche ich noch. Ansonsten ist das Ding ruckzuck durch. Aber natürlich gibt es für euch jetzt noch einen kleinen Clip, damit ihr genau seht, wie das Ganze abläuft. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.